Hallo Leute, ich bin Mord von King Julian und ich liebe Füße. Darf ich vorstellen, der legendäre Gerald Schale. Ja, ich grüße euch alle. Wir haben sehr viel Spaß. Ich bin mit dem großen Peter Flechner hier und bin ja nicht nur die Stimme von Mord, sondern auch noch von Duffy Duck und anderen gezeichnet. Und er ist einfach großartig. Ja, das könnt ihr dann nachher entscheiden, wenn ihr das entsprechend hört und seht.